Dieses zum Kauf angebotene 14er Einfamilienhaus befindet sich in Soling-Oligs auf der Höhe Meerschalt. Das im Jahr 1840 erbaute Gebäude wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 185 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 189.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020